Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Spezialausgabe von Nachgefragt. Wir durften als erste Webshow einen Beitrag über öffentlich-rechtliches Fernsehen machen und sind gerade dabei, uns die Anstalt etwas genauer anzusehen. Rudi Reporter mit den erschreckenden Einzelheiten. In der letzten Sendung haben wir bereits einen kurzen Einblick in die Anstalt bekommen. Ein Redakteur führte uns zu Gregor van Wunst, ein Nachwuchstalent, der uns Internet-Heinis erzählen will, wie man richtige Filme macht. Bei uns läuft das erstmal grundsätzlich anders, als Sie das vielleicht von Ihrem Webvideo kennen. Bei uns gibt es erstmal grundsätzlich eine Rollenverteilung. Es gibt den Autor, den Redakteur, den Cutter und Gott sei Dank mich. Gregor klärt uns über einen grundsätzlichen Unterschied von Webvideo und Fernsehen auf. Während bei Webvideo meist dieselben Leute schreiben, spielen und produzieren, kommen beim Fernsehen die Ideen von Autoren und wandern über den Redakteur zum Produzenten, der noch einmal alles umschmeißt, bevor das Skript dann über einen weiteren Produzenten und Thomas Gottschalk zum Regisseur gelangt, der es völlig neuartig und künstlerisch umsetzt. Der Autor von Gregor van Wunst wollte beispielsweise einen lustigen Film über einen Veganer, der in einer Metzgerei arbeitet, machen. Was zeigt der Film letztendlich? Also das Ganze ist eine Sichtweise, die das Ganze eben darstellt. Vielleicht können Sie uns den Film mal zeigen? Selbstverständlich. Und was hat das gekostet? Ungefähr 150.000. Wie bitte? Ach so, Sie machen ja dieses Internet-Amateur-Dings. Das Ganze hat etwas mit dem Aufnahmeverfahren zu tun, aber das ist etwas, was Sie nicht verstehen können. Vielleicht können Sie es mir erklären? Wir haben das Ganze aus dem Helikopter gefilmt. Warum? Sollen denn die blöden Fragen? Sagen Sie mal, ich war fünf Jahre auf der Filmhochschule und muss mich doch nicht von Ihnen erklären lassen, wie mein Job geht! Verdammt nochmal! Der Regisseur bekommt einen Wutausbruch. Also gehen wir schnell weiter. Wir haben noch einen Termin bei Bernd Boss, dem Chef vom Dienst. Er geht gerade sinnlos auf ein Fenster zu, um mit einem seemännischen Blick in die Ferne seine Wichtigkeit zu untermalen. Von ihm werden wir erfahren, warum das öffentlich-rechtliche Fernsehen so wichtig ist. Nein, werden wir nicht. Noch nicht. Denn ein weiteres Mal neigt sich unsere Sendezeit dem Ende zu. Und wir zwingen Sie mit einem sogenannten Cliffhanger dazu, nächstes Mal wieder einzuschalten, wenn wir der Anstalt zum letzten Mal einen Besuch abstatten. Bis zum nächsten Mal.